Hey, ich grüße dich Daniel wieder hier mit einem neuen Video und in diesem Video geht es um das Thema wie kann ich ohne Sport abnehmen und dazu möchte ich dir drei Tipps aufzeigen. Tipp Nummer 1 ist mehr Proteine. Ja genau, du hast richtig gehört, vielleicht meinst du auch, du isst schon genügend Proteine, aber meine Erfahrungen aus dem Personal Training und aus meinen ganzen Challenges, die ich gemacht habe, wo ich mittlerweile mehr als 20.000 Leuten dabei geholfen habe abzunehmen, haben gezeigt, dass die meisten zu wenig Proteine zu sich nehmen und entsprechend mehr, zu viel Kohlenhydrate auf dem Teller liegen haben und schlechte Fette. Das heißt also, hier muss eine Umverteilung stattfinden, mehr Proteine auf dem Teller, entsprechend weniger Kohlenhydrate und dort die guten Kohlenhydrate und eben entsprechend auch gute Fette. Tipp Nummer 2 ist mehr Gemüse oder pack mehr Gemüse zu deinen Mahlzeiten hinzu, denn Gemüse ist sehr gut, gerade in dem Bereich, wo du dich befindest, du willst ja kalorienärmer essen, das heißt mal nicht so große Kalorienbomben zu dir nehmen und Gemüse hat relativ wenig Kalorien und viele Ballaststoffe, das heißt es sättigt dich relativ schnell und dann wären wir dann an dem Punkt, dass du dann auch entsprechend schnell abnehmen kannst. Tipp Nummer 3 würze deine Mahlzeiten doch mal einfach ein bisschen schärfer mit Chili beispielsweise oder mit Cayennepfeffer, denn das sind so richtige wahre Teebooster, Thermogenesebooster, die deine Körpertemperatur erhöhen und dann fängst du an zu schwitzen, der Schweiß auf deiner Haut verdunstet und kühlt deinen Körper wieder ab und das verbraucht dann entsprechend viel Energie, mehr Energie, das heißt es sind wahre Booster, die du echt mal ausprobieren kannst. Das heißt ganz einfache Tipps und Tricks und Hacks, die ich dir jetzt gerade aufgezeigt habe, die kannst du ausprobieren. Natürlich, wie gerade schon gesagt, Sport spielt eine zentrale, wesentliche Rolle, aber jetzt ging es ja nur um das Thema, wie kann ich ohne Sport abnehmen und das sind meine drei Tipps, die ich dir an die Hand gebe. Wenn sie dir gefallen haben, unterhalb des Videos einen Kommentar hinterlassen, ich würde mich darüber freuen. Ansonsten abonniere auch meinen Channel und auch mich auf Instagram, ich würde mich da auch darüber freuen und Notification hier anmachen, die auf die Glocke drücken, dann weißt du, während ich das nächste Video hochgeladen habe, denn ich möchte dir helfen abzunehmen und gemeinsam schaffen wir es. Schau dir auch mein Programm an, unterhalb des Videos, mein neues 30-Tage-Programm, da nehme ich dich an die Hand mit echt coolen Übungen, Workouts, Ernährungspläne und alles, was es dazu gehört, um erfolgreich und nachhaltig abzunehmen. Also, in dem Sinne, ich wünsche dir alles Gute, unterhalb des Videos auf Daumen hoch, so, ciao.